Mahlzeit meine Damen und Herren. Die letzten 15 Minuten von der Folge davor war recht kurz, habe ich gesehen, aber es ist nun mal so, da müssen wir alle mal durch, egal wie. So, wir sind hier, weil wir hier was wollten, ich weiß nicht mehr was, genau das. Aida, Briefing. Now what can you tell me about Asheron? Oh, entschuldige, ich stehe dir im Weg. Ja, guck mich nicht so an. Weiter geht's. Asheron is the strangest planet in the Sector. It's a T-Class world orbiting the star NC-867. What's interesting is that the surface of the planet is covered by a single gigantic organism that has breathing tubes the size of subway tunnels and spores as big as starships. The Izanagi Corporation has been methodically killing this creature as they terraform the planet. They've built a ring of giant chemical reactors to convert the atmosphere to Earth-standard oxygen-nitrogen levels, which the organism doesn't seem to tolerate. I've pulled some images from a marine scout probe. Is it a T-Classian? It's a T-Classian? It's a T-Classian. It's a T-Classian. It's a T-Classian. It's a T-Classian. Danks danach wurden alle terraforminguites aufzurenen. Und die Izanagi-Kle menyerteten auf einem einzigen dink rely. Wir glauben, dass sie ein Artifakt haben und sie es sind nun auf der Welt entfernt. Wir sind ein Tag vor einer Marine-Attack-Force. Unsere Mission ist, dass sie nur intel-intelligend entdeckten werden. Nicht nahe genug, um zu beobachten zu werden. Nicht in den Kampf. Die Station ist gehalten von Izanagi-Ghost-Warrieren, die keine Liebe für uns überhaupt haben. Ihr Dropship wird über hier landen. Wo ist hier? Du kannst diesen Weg nach der Facilität nehmen, und von dort, du bist auf deinem eigenen Weg. Ja. Sei vorsichtig, John. Ich habe Isaac, um dir meine Pistole zu geben, Grace. Sie und ich haben viel zusammengebracht, und ich fühle mich besser, zu wissen, dass du sie da unten hast, um dich aufzuhalten. Isaac ist bereit für dich, und Neban hat einige Fragen. Wenn du ihn noch nicht mit ihm gesprochen hast, kannst du ihn wahrscheinlich auf der Brücke finden. Gut, Glückwunsch. Jetzt müssen wir das echt machen. Okay. Also, wir kriegen die neue Waffe. Wir kriegen eine Waffe von AIDA, die nennt sich Grace. Oh, Neban hat noch Fragen. Okay. Dann fragen wir. Dann lassen wir ihn mal erzählen. As Earth expands in this sector of space, different corporations are establishing colonies on uninhabited planets. They do everything from creating vacation resorts, to mining exotic ores, to terraforming. We in the Terran Colonial Authority patrol between the planets to keep the peace. The corporations try to get away with a lot out here, and they hire mercenary forces to help them get their way. We often find ourselves fighting the mercs, to defend civilians, who work for their own corporation. If we run into something we can't take on alone, we call in the Marines. So, das war eins. Jetzt kommen wir zwei. Axon is on our side. They're a private company, who works hand in hand with our military to research and develop new weapons. Jetzt kommt Lianri Corporation. Nein, wir machen jetzt Izanagi Corporation. The Izanagi is a broad-based conglomerate modeled on the ancient Japanese Kuritsu. They're into whatever makes money, and they protect themselves with an elite corps of merc soldiers, fanatically loyal to the corporation, who call themselves Ghost Warriors. So, jetzt kommen die Scar. The Scar are a power-hungry race who have been trying to expand into this sector of space. Normally, their highly tribal social structure prevents them from working together. But recently, we've seen unusual examples of cooperation between the clans, which can only spell trouble for us. Their warriors are all highly independent, intelligent and very dangerous fighters. Jetzt machen wir die Lianri Corporation. The Lianri Corporation is a heavy industrial and mining combine with installations on dozens of planets. They defend their interests with an army of genetically engineered female warriors, who have been raised since birth to be fighters. The Lianri Angels are cold, dispassionate and highly efficient. They're among the elite of industrial mercenary forces. Okay, jetzt gehen wir auf Moa. Ach so scheiße. The Kai are an old, semi-nomadic race that has spread from planet to planet, taking a keen interest in the archaeology, folklore, and traditions of each. They stay on the fringes of society, however, and make their way by performing menial tasks wherever they go. The Azerians are borderline psychotic aliens who seem to live to fight. They had conquered a small area of space and subjugated a few minor races. Then they ran into the SCAR and became slaves themselves. With their sadomasochistic tendencies, we're not at all sure they mind. They are not a known aggressor race and they're not indigenous to hell. We think they're just creatures who were imported from off planet to the labs and then mutated under the influence of the energy beam and the artifact. Das waren die Arachnids. So, jetzt gehen wir wieder auf. Ne, wir sind done. Ne, wir sind eigentlich durch. Fünf, sechs, genau, vier, back, done, sieben. Gut, wir sind eigentlich durch. What's up, boss? Um, good news? I just got off the blower with the sector commander. We all just got our military ranks back. Gee, I don't know, John. Last time I was in uniform, it didn't turn out so good. Just ask Ida. That was a long time ago, Isaac. You've changed. You'll do better this time. We'll see. Okay. What do you know about the Ghost Warriors? Well-trained. Some live by the old Samurai Code. Others are just in it for the action. So, you ready for some new weapons? Yes. Fire away. I'm tinkering with that Arachnid biomass you found on Hell. I'm thinking I can make a weapon out of it. Anyway, I've added the flamethrower to your loadout and I swapped with a bunny to get incendiary grenades for the launcher. Ida dropped off her magnum as well. I'm surprised she's willing to part with it. Take your pick. This is another magnum. Let's take a look at Grace. I've had her forever. She's a really sweet weapon. 50 caliber explosive ammunition. Very accurate and very powerful. Altfire is a three-round burst that takes a little longer to reload. Use her for medium-range targets when you're too far away for a shotgun but too close for the sniper rifle. Anything else? Yeah, I'll get it. Flamethrower had a good note. Run down the flamethrower for me. Its name pretty much says it all. The Vulcan uses canisters of napalm for ammo and shoots out a spray of flaming gas. Just point and shoot to incinerate a whole crowd of enemies in close quarters. Altfire is a spray of unignited napalm that'll stick to any surface. You can set it off with primary fire or with one of your other weapons. but it's unstable enough that after a few seconds it'll probably ignite anyway. What will it be? Okay, we're actually done. It's called naval gun is upstairs. What's it said? Come on, Ben! Come on, Ben! What's it up? I can do it on the other side. The license for würdenуда is على speed, It is on some extent compared to the script. How is it supposed to interact with theendum? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt Wir machen das kurz Ach, wir können das nicht abkürzen Dann 7 Gucken, ob es jetzt schneller geht Ja, wir können runter, das ist gut F5 geht auch nicht Hier können wir auch nicht kürzen так und Untertitelung des ZDF, 2020 Let me get this straight. They're desperate to get this thing, so we're gonna blow it up? We're just gonna give it a nudge, pry it loose. And they don't think the creature will mind? I guess we'll find out. Then let's get it over with. This place gives me the creeps. Okay, now we have to do the F5, so that's how it works. Very good. He's over here! Okay, he's over here. I'm gonna get this out of here. Let's go! 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 Where are you? Oh! 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 I'm getting a rocket launcher on my finger. Oh, wo bist du? Da hin. Man down. Okay, sie sind down, definitiv. So, wir gehen mal, wir gehen mal jetzt gucken. Da oben, wo ich gucken gehe eigentlich. Warte mal, ist das ne Turret? Uh, das ist ne Turret. Okay. Okay. So, wo ist jetzt die Waffe, die wir brauchen? Da. Vulkanisiert. Geil. Das ist natürlich schon fies. Ne? Quatsch. Okay, darauf reagiert sie nicht. Jetzt ist sie kaputt. Wir gehen jetzt mal da hoch, weil eben haben wir schon auf die Fresse gekriegt. Aber... Da hinten sind ja so ein paar Jungs, hab ich gesehen. Hoch. Geil. Geil. Ah Mist. Reicht nicht bis hin zu ran oder was? Doch jetzt. Mal gucken was passiert. Das ist eigentlich schon ein bisschen unrealistisch, aber das ist halt anders. Oh, da ist jetzt noch einer dahinten, jetzt lass mich doch mal hoch. Die ist schon geil, die Pistole. Oh, da ist jetzt ein Grey's. Wo? Oh. 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 Hey. Da kommen wir jetzt so nicht hoch, ne? Genau, hab ich mir was gedacht. Oh, wasser? Oh, shit. Wie kommen die jetzt hier raus? Ah, sie kommen. Objective complete, incomplete, extract the artifact. Ja, das wissen wir ja. Ach so, wir müssen da noch runter. Alles klar. Aber da kommen sie ja jetzt zu Fuß. Wo ist denn hier? Da. Ja, da geht's runter. Ja, da geht's runter. Kein Weg. Ha, ha, ha. Okay. So. Wir machen diesmal die andere Antwort. Ah, scheißegal was du machst, scheißegal was du antwortest. Sie kommen hoch. Hat aber lang gedauert gerade. Ja klar. Ja. Ja. Okay, ich glaub wir bleiben jetzt erstmal hier oben. Ah, nicht ganz hier oben. Aber fast. Wir bleiben hier stehen. Dann haben wir noch ein bisschen Deckung. Das ist ganz gut so. Wacht. Ja. Du mal. Mach. Musst du siehst. Boas. Ja. 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 just mal jetzt. Wir sind wohl platt. Okay, wir gehen aber jetzt nochmal zurück und laden nochmal Shield und Heels auf. Health. Health. Nicht Heels. Heels und Health. Nicht wundern, dass man hier wieder so langsam laufen muss. Geht einfach nicht schneller. Ah, nur Shield. Höchst leer. Oh, fuck. Entschuldigt. Jetzt müssen wir da mit dem Aufzug runter. Okay. Oh, dann fallen wir hier schon runter in den Schlund. Gibt's einen Knopf zum Drücken. Okay, wir fahren einfach. Ja. Doh. Ja. 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 Okay, die haben recht stark Die haben richtig starke Waffen, da kommen wir nicht einfach so mit den Standarddingern dran. Wir müssen da hier schon auspacken, wie das aussieht. So, warte mal, mit was packen wir denn hier aus? Mit der da? What? Gehst du ja schneller kaputt, als du Rollertriss sagen kannst? Okay, dann machen wir es damit. Weg! Okay, damit funktioniert es. Uh! Entschuldigung. Was ist das für eine Waffe? Ein neuer Rocket Launcher? Da oben. Runtergefallen. Sehr gut. What? Ha, 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 ha! Sehr nett. Sehr nett. Gut. So, den holen wir da runter. Nein! 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 Da ist einer. Let's go! good! Den haben wir! Good! Den haben wir! Oh! Fuck it! Ja, und er lebt! Natürlich! So, mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. Der noch da. Ey, das ist wieder zu einfach. Juhu! So, ein bisschen aufgeladen sind wir jetzt. Was? Was? Hab ich denn irgendwo nicht gehört? Oder ist der schon abgestürzt? Da! G Gulab! paveanz획缺ύddd Ah! Überhier! Wut? Ach schon wie das- AAH! Ja, ja klar! Memo-Feed Launcher Du Sack, du! Alles klar Jetzt weiß ich mit, was ich dich kriege Bist du! Ha 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 He's over there! He's over there! Da! Es ist noch einer! Komm her! Komm schon! Da ist auch noch einer! Ja, richtig! Und du auch! So, da oben ist aber noch einer Wo bist du? Wo bist du? Oder bist du schon runtergefallen? Objective complete Extract the artifact! Ja, das müssen wir noch machen, das weiß ich Habe ich jetzt eine Bombe losgetreten oder was? Aber hier ist noch was Okay, eins, zwei Okay, eins, zwei Ähm Warte Bevor ich das mache Gehen wir hier erst hoch Ich habe was entdeckt Äh, hat was entdeckt Genau Nehm ich Nehm ich Nehm ich Munition Shield Und Health Und zwar das nicht zu knapp Da ist noch eine Waffe Das machen wir später Ja, dann lass mich doch auch hier weg, Mensch Ist da jemand böse jetzt? Da ist jemand böse Glaub ich, das Vieh, wo wir hier drin sind Das ist böse Das Vieh ist böse auf uns Was zur Hölle war das? Keine Ahnung Ich bin weg, ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg RUAN Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Entschuldigung Alle in der Oberfläche Jetzt Evacuat Falsche Waffe Jaaaaah Ich glaub's auf der Position noch mal gar nicht da dafür Okay Wieso läuft er eigentlich nur dagegen? Ich bin tot! Ich bin tot! Der Mann ist tot! Gehen! Ich bin tot! Wer ist los? Wir gehen! Und dann laufen wir in die falsche Richtung Ich weiß jetzt echt nicht ob ich in die richtige Richtung laufe Das sieht nicht danach aus Okay ist nicht die richtige Richtung Okay ist nicht die richtige Richtung Falsche Das dachte einfach Run! Ich bin tot! Aaaaaah Wo ist denn hin? Der Klapp! Auf die Hand! Jeder!